Hallo, ich bin Hepsi Rossi. Herzlich Willkommen zu Jackass. Herzlich Willkommen zu meiner Filmbewertung von Jackass Forever. Ist der Film bescheuert? Ja, absolut. Ist der Film eklig? Definitiv. Ist der Film was für schwache Nerven? Auf keinen Fall. Für alle Leute, die Jackass nicht kennen, Jackass ist eine Gruppe von Leuten, die sich auf kreative, eklige und auch manchmal interessante Art und Weise Schmerzen antun. Warum gibt es sowas im Kino? Ja, weil die Serie damals auf MTV so erfolgreich ist, dass jetzt nochmal ein Film rausgekommen ist. Ich glaube, es ist der vierte oder fünfte sogar schon. Also von daher, in dem, was die Leute tun, sind sie tatsächlich erfolgreich. Und sie haben da auch einen Kultstatus mit erreicht. Den kann man ihnen einfach nicht absprechen. Auch wenn man das für total hirnrissig hält, was die Leute da machen. Also ich glaube auch, dass manche Leute im Kino ihre Snacks nicht aufgegessen haben. Und ich glaube, manche vielleicht sogar noch etwas anderes gerührt haben. Also von daher kann ich euch sagen, Jackass bietet hundertprozentigen Fanservice. Jackass ist absolut das, was man kriegt. Jackass ist auch das, was man will, wenn man in diesen Film reingeht. Also von daher, diese Leute haben nichts verlernt. Manche Stunts haben sie nochmal neu aufleben lassen und nochmal verfeinert, weil sie damals nicht so mit ihrem Ausgang so ganz zufrieden waren. Das muss man sich mal vorstellen. Die tun sich diese gleichen Schmerzen dann nochmal an. Ja? Funktioniert das im Jahr 2022? Absolut, also ich hatte so meinen Spaß gehabt. Also der Film war schon irgendwie eine Mischung aus Ekel, Spannung, Spaß und eine gewisse, ja wie soll man das sagen, Schadenfreude sollte man da auch haben für so einen Film. Also definitiv, also klare Anguck-Empfehlung von mir und der Film hat keine Story. Der Film hat auch keine, ja sag ich jetzt mal, richtigen CGI-Spezialeffekte, blau und blub. Von daher, für das, was der Film ist, ist der Film richtig gut. Der Film ist unterhaltsam, wenn man natürlich nicht zu zart beseidet ist. Also von daher, für das, was der Film ist, gebe ich dem Film volle 5 von 5 Totenköpfen, weil der Film einfach genau das ist, was er sein möchte. Der Film weiß auch, was er sein möchte. Der Film will auch das, was er sein möchte. Von daher, haben die Jungs in dem, was sie tun, alles richtig gemacht. Alles. Von daher, Jackass Forever, klare Anguck-Empfehlung, geht ins Kino, wenn ihr das aushalten könnt. Nächste Woche weiß ich noch nicht, in welchen Film ich reingehe, das werde ich spontan entscheiden, weil so große, interessante Sachen sind jetzt nächste Woche nicht zu erwarten. Also von daher, werde ich mich da spontan mal entscheiden. Somit wünsche ich euch weiterhin einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.